Ihr möchtet euch einen neuen Komplett-PC kaufen? Dann schaut euch dieses Video an, denn vielleicht können wir euch da was anbieten. Wer sich vielleicht erinnern kann, wir kooperieren zusammen mit Ultra Force, um euch Komplett-PCs mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Wir haben diese Serien jetzt komplett überarbeitet und bieten euch jetzt vier verschiedene Serien an für verschiedene Einsatzzwecke. Los geht es mit der günstigsten Serie, mit der UF-PC-Welt Office Series. Die geht von 279 Euro bis 329 Euro und eignet sich, wie der Name schon sagt, natürlich fürs Office, fürs Heimbüro oder natürlich auch für Einsteiger, die nicht unbedingt extrem aufwendige Anwendungen ausführen wollen. Die nächste Serie hört auf den Namen Gaming-Novise. Die geht von 669 Euro bis 1059 Euro und die eignet sich natürlich für preisbewusste Gamer, die auch das ein oder andere aktuelle Spiel in ansehnlichen Details und natürlich auch in flüssigen Bildraten zocken möchten. Wer anspruchsvollere Spiele zocken will und für den es mindestens Full-AD und 60 Bilder pro Sekunde sein sollen, der greift am besten zur UF-PC-Welt Gamer Serie. Die geht von 1149 Euro bis 2299 Euro. Und wie gesagt, ihr könnt damit auch in Auflösungen jenseits von Full-AD auch in ansehnlichen Details schon spielen mit flüssigen Bildraten. Die nächste Serie richtet sich an die wirklich anspruchsvollen Gamer oder natürlich auch kreativen Köpfe, die Parallelberechnungen brauchen für ihre Multimedia-Anwendungen wie Rendering, 3D-Modeling und so weiter. Dafür eignet sich die Extreme Series. Die geht von 2999 Euro bis 3999 Euro. Ihr seht, ihr könnt damit dann auch in Ultra HD zocken mit flüssigen Bildraten. Wir haben hier wirklich die besten Markenkomponenten verbaut, die man so aktuell auf dem Markt bekommen kann. Man kann also sagen, die Extreme Series sind unsere High-End-Modelle, die wir in Kooperation mit Ultra Force für euch anbieten können. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist jetzt so besonders an den Komplett-PCs von Ultra Force und aus unserem Hause? Ganz einfach, bei jedem einzelnen PC ist eine 5-jährige Garantie bereits inklusive. Die gibt es bei vielen anderen Anbietern nur gegen einen satten Aufpreis. Und das Beste daran ist auch noch, auch ein Vor-Ort-Service ist inklusive. Euer PC wird im Falle eines Defekts abgeholt, repariert und wieder zurückgeschickt. Cooler Service. Für maximale Individualität lassen sich auch alle Systeme im Online-Konfigurator nochmal überarbeiten. Ihr wollt ein anderes Gehäuse, ihr wollt mehr Speicher haben, eine andere Grafikkarte und so weiter und so fort. Auch Peripherie, Gaming-Stühle und so weiter könnt ihr gleich im Online-Konfigurator hinzubuchen. Und dann kommt das alles zu euch nach Hause. Die Geräte werden erst bei Bestellung für euch zusammengebaut und einem 24-stündigen Stress- und Stabilitätstest unterzogen, damit das Ding auch läuft, wenn es zu Hause bei euch ankommt. Falls ich jetzt euer Interesse geweckt habe, dann findet ihr alle Systeme im Sammelartikel unter www.pcwelt.de slash ufpc. Dort geht es dann auch zu den vier einzelnen Serien und ihr könnt sie euch mal alle in Ruhe angucken. Hier im Hintergrund steht übrigens einer dieser Komplett-PCs, die wir anbieten. Das ist der UF-PC-Welt Gamer Pro Premium 3.0 im Wert von über 1500 Euro. In einem Video werde ich euch das System mal ein bisschen genauer vorstellen und zeigen, was es denn eigentlich so drauf hat in dieser Konfiguration. Und das Beste dran ist auch noch, ihr könnt so ein Ding gewinnen. Das seht ihr dann natürlich auch in einem Extra-Video. Also, viel Spaß dabei und bis zu den nächsten Videos. Macht's gut!